Wir machen heute die gehypte Jindalwi Bowl ganz einfach zu Hause nach. Das sind alle Zutaten, die ihr braucht. Als allererstes schnappt ihr euch einen Mixer. Da kommen dann Himbeeren rein, Erdbeeren, Bananen, Maracuja. Dann brauchen wir noch Datteln, Cashewkerne und zu guter Letzt, wer mag, kann da noch etwas Honig hineingeben. Ich habe das Ganze dann einmal vermixt und dann habe ich da noch etwas Vanilleextrakt hinzugegeben. Um diesen zwei Farbeneffekt zu erzielen, nehmt ihr euch einfach etwas von dieser Mischung, also von der ersten Mischung. Die mischt ihr dann einfach mit Kakaopulver. Eigentlich kommt da Kakaopulver rein, aber das habe ich leider nirgendwo gefunden. Dann kommt das einfach drüber in das Gefäß und dann einfach noch etwas von der ersten Mischung. Und dann habt ihr diesen doppelten Effekt. Ich habe das Ganze dann natürlich auch noch mit ein paar leckeren Toppings verziert. Am Ende noch etwas Erdnussbuttermousse. Und ich sage es euch Leute, es sieht nicht nur wunderschön aus, sondern es schmeckt einfach ultra lecker. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und drückt aufs Plus für mehr.